und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei the evil within könnte man könnte man auf dieses diesmal wenn ich das mache so ein hall rauf geben bitte das wäre mega sick ich habe genau da aufgehört wo wir jetzt mal aufgehört haben nämlich genau diese rezeptions dame die irgendwie auch sehr strange ist wie wir festgestellt haben naja und ich habe gerade gespeichert bin jetzt in game sound läuft da sie super und wir wollen ja letztens verfolgt oder für mich gerade eben verfolgt und nun schauen wir mal was wir hier so regeln können habe ich jetzt irgendwie noch mal ja ich komme noch mal spitze rein weil ich noch eine hälfte des lives habe ich hoffe so ist besser aber unser kollege ist mit der ist aber aktuell nicht ganz ja jetzt ein bisschen weg oder kann ich dich heilen ja umsonst keine stimmt so das ist hier eine große area wie man sieht lass mich kurz den überblick verschaffen da gibt es ordentlich fallen das heißt hier kommt ordentlich gegner die alle die jetzt mal da drin sind was ist hier richtig das könnte voll mit denen sein ja da seit wann hat er denn so ein ding scheiße und jetzt oh da kommt ja noch einer ist alles voll war es leer taste ja es war leer taste schön in den kopf wo ist andere wieso kann ich ihn nicht verbrennen aber dann der falle anhält verstehe und der falle triggert ihn nicht hey warte was wer hat mich denn bitte schön gerade gesehen da oben als ob als fucking ob der hat mich einmal gesehen okay dafür ist also das scharfschützengewehr jetzt macht alles sinn okay warte aber ich mach das noch ein bisschen anders und mit zwei bolzen lade mein bolzengewehr und baller ihn seine scheiße er ist irgendwie über was rüber geflogen und er genauso und fliegt netz oh scheiße fliegt netz fortfeld tot ja so macht man das heutzutage genauso nicht anders und den kann ich bestimmt verarschen indem ich dagegen baller oder ab wann sieht er mich jetzt die frage hier red weg scheiße holter hilfe ich weiß es halt echt nicht warte was warte was das bricht hier zusammen hey 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 ganz ganz entspannt vorsichtig das könnte voll mit denen sein ja ja i know i know irgendwo ich höre die ganze zeit was also ich für die ganze zeit zusammen aber oder oder das ist ja richtig voll mit denen oh holy shit ok 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 kann ich da rüber und das ist kaputt richtig ok ich verstehe es gut also hab zwar schaden kassiert aber ey zwei fliegen mit einer klappe oh shit doch nicht man hör auf so seine augen haben nicht mehr geleuchtet der ist tot oh oh hab ich mich erschrocken du du ey kannst doch nicht anders hin der ist tot oder selbst ist der tot so ein welcher pen hat da oben grad scheiße geworfen du zeig dich komm doch runter du Arsch ju Tykgy du hast kein sch sitzt Kopf mehr und warum tut der andere gut nix wie kann er mich hauern Schnauze voll langsam hier, ey. Freck doch mal. Kann ja sein, dass sie so viel aushalten. Wo sind andere Wichser? Du schießt in deine scheiß Eier mal an. Nein, Schnauze voll. Wollt ihr nur entspannt looten? Guck mal, wie viel Munition ich wieder verballert hab. Wegen euch Assis. Geht mir richtig auf den Piss. So, jetzt lass mich in Ruhe. Ich will hier looten. Langsam macht mich das Spiel aggressiv. So eine Kacke, ey. Warum machst du eigentlich nichts, ey? Ganz ehrlich. Wofür bezahlen wir dich überhaupt? Oh, du bist fett und es darfst. So, ja, pass auf. Ich schieße in dein scheiß hässliches Kackgesicht. Piss dich. So, und dafür trete ich dich nochmal. Ey, ich sagte piss dich. Ich hab gesagt piss dich, Mann. Langsam reicht's dir aber mal ganz doll. Das weichen dir aber mal eine Schottgart aus. Ich krieg hier echt einen zu viel. Dumm, Assis. So, ich wollte hier irgendwo noch was looten. Ich hab wieder so viel Munition verballert. Nenn du bist nutzlos grad. Guck mal, wegen dir. Ich mach mir einfach kein Leben mehr. Ich mach einfach kein Leben mehr. Okay, ich hab jetzt mal... Ich hab... Scheiße. Alter, ganz ehrlich. Manchmal denke ich mir, das Spiel verarscht mich. Ja, ich will da ja auch runter. Um die Kacke da zu haben. So, drüben hab ich alle weggemacht. Jetzt gib mir bitte mal richtig viel Munition wieder. Danke. So, hier hab ich, glaub ich, alles weggeholt. Da hab ich schon alles weggeholt. Das ist jetzt so eine Falle. Und, nee, unten müsste noch ein Typ sein. Okay, da sind irgendwie eigentlich irgendwelche Aufzüge. Aha, ich verstehe. Warum bin ich so schlecht? Scheiße, ich hab nichts mehr zum Heilen. Kann Heinz Dattelmini auch heilen? Fuck, ich hab echt nichts mehr zum Heilen. Scheiße. Oh, fuck, ey. Oh, nein. Das wird wieder... Weiß ich. Oh, fuck, das hat er gehört, ne? This was a very nice. Wo ist ein anderer Dude? Den hab ich doch... Oder warst du, der dich darüber katapultiert hab? Ticker. Geh in Deckung, sie schießen von oben. Oder was? wir müssen sie alle ausschalten das soll ich noch nicht wofür ist er die machen jetzt was also jetzt oben lang geht krieg aus dem maul oder weil die von oben ballern okay warte mal oh lol die kommen ja jetzt bis hier hin wofür bannern die wer ist das da oben okay warte es ist Zeit für Sniper die kommt jetzt erst mal auf nummero 3 3 aber machen sie wissen ob es das bringt ja jetzt können wir durch ohne aufgespießt zu werden wir haben keine chance ohne die übrigen geschütze auszuschalten äh warum stimmt das gar nicht nimm mal nochmal auf die vorne da ey alda ich hab jetzt noch 3 Schuss du Ficker Leute wo kommt ihr denn her wo kommt ihr denn jetzt her warum gibt ihr mir keine Munition ich hab echt keinen Schuss mit was soll ich machen wenn ich nichts mehr hab ach die kommt von da unten ach die kommt von da unten war eigentlich ne scheiß Kiste ach die kommt von da unten ach die kommt von da unten easy so langsam wird es nicht knifflig oh oh hab ich die übersehen woher kam die da kommen ja immer mehr ne scheiß ok ich muss mich mal hin ok jolo komm mit äh äh dude woher nicht getroffen woher nicht getroffen jetzt müssen wir aber ganz schnell helfen brudi ok alter jetzt echt da waren Leute drin ok fuck off hee hee wort von hee ok ok und jetzt und jetzt ich bin getroffen ich brauche Hilfe oh scheiße der sich im Arsch lass mich nicht so verrecken so komm hier hoch so komm hier hoch so komm hier hoch hallo 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 hebel oh oh ja was machst du denn auch da unten alter jetzt ist er gestorben alter ich wollte ihn nicht verrecken alter das spiel triggert mich gerade richtig wieso kommen da so viele warum gehen diese Pisser da oben auf den Tag warum spawnen die ganze Zeit so viele neue alter langsam reicht es auch jetzt ballert der mich da schon wieder an jetzt schill mal kurz seine scheiß lage die baller jetzt in die Fresse so zack komm mal auf die Vorte du bist tot ja komm hey knauze da jetzt können wir durch ohne aufgespieß zu werden ja jetzt geht noch weiter wir haben keine Chance um die übrigen Geschütze auszuschalten tot ja ich kann ihn nicht hauen ja ich kann ihn nicht hauen ich darf wieder unten sein muss aber ja ohne Witze geht das nicht auf Scheiße, ich wollte die Dings suchen. Guck mal her, wir müssen noch ein bisschen was machen, so der eine lebt da noch und den, der ballert. Was ist jetzt hier? So, lass mich kurz heilen. Oh, der Vater, Ader sind hier wieder im Arsch. Man, ich hab gesagt, geht mir nicht auf dem Pelle. Ich muss da jetzt mal ganz kurz lang. Schnauze. Zor, weg. Oh nein. Boah, fuck, dammit, Alter. Was gibt's da nicht? Ja, was ist da aus, Brudi? Ich hab ja auch so viel Munition. Ja, du bist dumm as fuck Gewissens. Ich kann nicht rennen. Alter, das ist ja... Das ist... Hä? Ich hab für die nichts da. Shotgun, nothing. ok ich bin hier der sich alle weg ich kann jetzt looten gehen und die besser gehen wir nicht auf den sack endlich mal das spiel auf meiner seite warum ist das auch so schwer so rechts war ein viecher links mache ich auf weil ich glaube ich kann nur einen aufmachen komm dass wir hier nicht verkacken gebraucht hast so dass ich mich nicht noch mehr verkacken den ordentlichen jetzt auch noch ein little bit risky at the moment ja man endlich läuft es mal so wie ich will aber ich habe echt keine munition mehr was ich habe fast noch nichts ich habe nicht hab nichts hier ist nichts los der spiegel ist im arsch da kommen wir nicht weiter so 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 da kommt gleich hier hätte mannequin hier war auch nichts mehr zeit ist schon wieder fast rum nehmen wir jetzt mal links auf das ist doch geil keine bombe der bombe nice 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 komm wie viel ege hinschmalten ist das höhe nur 1000 das sah viel mehr aus das ist beschissen wenn hier waren halt nur du zu näher euch ruhig nicht raus komischen sekten wie ich ja ich glaube auch nicht dass da oben noch was ist aber ich gucke noch mal ganz kurz weil ich muss ja gleich gegen diesen scheiß boni da antreten aber jetzt ein bisschen munition auch wieder nicht viel aber sonst wo nichts ich würde auch dass hier mein kollege da nicht mitgekommen ist der wäre so ein gutes abhängungsmanöver gewesen und das wollte er sein steppel oder reingehen da hast die kiste die ich die ganze zeit gesucht zwischendurch wollte ich noch gucken hier da wieso ist jetzt da da wollte ich explosionsbolzen einmal denn will ich ein blitz habe ich denn eis bringt nichts bringt auch nichts normal und brand geht zwei explosion und ich tausche ich dann mal kurz mit vier weil ich da sowieso sonst nichts klarkommen soll das ist voll das jetzt auch das jetzt gleich auch und da geht kurz auf das richtige nein kann ich mich ja nicht hier ist noch eine kiste kann ich noch mitnehmen und dann geht es auch schon los ja Munition, alle. guck mal wie viel ich für den brauche das ist doch nicht normal vorsichtig das könnte voll mit denen sein man warum nicht direkt alles von anfang an so wenn man das spiel spielt echt nicht kennt ne sagt das spiel jetzt können wir von den füchern werden das heißt jetzt wieder so voll mit den dricks füchern aber ganz ehrlich ich habe es aktuell von von horrormäßig das aktuell gern so weil das ist dann eher action mäßig und ich muss noch will action mäßig und nicht so vorgesehen weißt du dann gleich ehrlich steckt oben fest suchen wir einen anderen weg nach oben wo ich kann es speichern das passt auch gerade gut wieder 14 auf dem terror aber was ist es für so deswegen steckt er fest der lebt pass auf wird denn der fachscher knopf hat immer recht weg ne tschüss das heißt bevor wir nach oben gehen die vorgezahlen macht das ist die ganze zeit weiterhin das wäre mehr nervig station all about the safe station oder gibt es ja ein tagebuch bericht von mir das lese ich gleich wieder sehr sexy vor oh ein bisschen text wieder tagebuch von sebastian castellanos 17 mai 2006 vor acht monaten haben mir und ich geheiratet und du meine kleine lilly bis das ergebnis unserer liebe ein kind der ein kind krass okay ich kann es kaum erwarten dich in zwei monaten zum ersten mal zu sehen aber ich habe auch angst ich habe in meinem job so viele gefahren gemeistert aber zu wissen dass ich schon bald vater werde macht mir mehr angst als alles andere ich verspreche dir dass ich dich mit allem faser meines körpers lieben und beschützen werde solange ich auf dieser welt bin ich werde den neuen abschnitt meines lebens genauso beginnen wie alle wichtige wie alles wichtige was ich tue mit ganzen herzen und der festen absicht mein bestes zu geben du sollst wissen dass deine mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns anheimlich darauf freuen dich auf dieser manchmal rauen welt zu begrüßen oh das war cute das war cute ja ich guck da rein ne weil ich upgraden und schweiern will ne oh nö bitte keine bilder mehr ich hab keinen bock mehr auf bilder bilder sind kacke ich will nicht mehr hier passiert jetzt auch wieder stuff bis jetzt war das immer hier meine seelische ruhestätte hatte ich ein schlüssel nö aber ich habe mission mehr habe ich alles anders dicht und goethe war dichter anfang eben weil ich gerade so krass passiert schon die die scholli kann ich nicht gut gebrauchen ab und zu verletzten schuss und damit würde ich sagen das war's für heute wieder ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn es nicht so gruselig war aber ich will mich beschweren das war ziemlich geil dass man nicht gruselig war ja ich bin gespannt was wir jetzt noch erwartet weil es ja aktuell ist noch hell ist und aktuell nicht so krass also es geht auf jeden fall gerade ein bisschen action mäßiger zu wie man ja gerade gesehen hat aber auch ein bisschen rein gerästet aber wein na ja wir schauen uns einfach mal was was uns jetzt in der nächsten episode erwartet und bis dahin euch falls ihr samstag schaut oder wann auch immer noch einen spannenden abend wir sehen uns das nächste mal wenn es wieder heißt